Ich bin alle 50. Action! One! Sehr gut, Felix! Also, jetzt sind wir gerade bei dem Werbedreh für Felix. Und zwar schneiden wir von den Packungen Rittersport quadratisch praktisch rund im Geschmack die Quadrate raus. Es bräuchte ich aber noch so eine Tüte zum Rausschneiden. Darf ich noch eine haben? Ich schaue mal, ob ich noch eine habe. So, das ist die letzte. Oh, danke schön. Vollnuss. Never. Jetzt beginnt, Wynn, das Ganze, die Vollnuss auszuschneiden. Genau, das Quadrat. Ich hoffe, ihr macht es viel Freude. Mit Sicherheit macht mir das viel Freude. Die Vollnuss schneidet das Quadrat. Gerade Michael sagt, die Vollnuss schneidet das Quadrat aus. Die Vollnuss in der Hand. Die Vollnuss in der Hand ist das Quadrat. Darf ich noch eins haben? Ich glaube, keins mehr. Ich muss noch mal. Bist du sicher? Ich sehe keins mehr. Nein, ich sehe... Dankeschön für das Kompliment. Hier kommt doch noch einer. Jetzt gehts wieder los.